Die tägliche Turnstunde heute aus der Ballspielhalle Bernoulli-Straße und ich habe einen wirklich ganz außergewöhnlichen Gast. Ich sage ganz einfach Fußballgott, Rapid-Fußballgott, Steffen Hoffmann. Hallo Steffen, vielen Dank, dass du da bist. Jetzt muss ich, bevor wir zu unserer täglichen Bewegungsübung kommen, die wir eigentlich immer haben, eine Frage vorweg. Dieses Thema Fußballgott. Irgendwann hat das irgendwer auf der Tribüne gebrüllt und alle haben es nachgebrüllt. Wie unangenehm war das oder ist das noch immer? Wie bist du damit umgegangen? Ich muss gestehen, am Anfang habe ich das kaum mitbekommen, weil es ist meistens vor dem Spiel oder nach Toren und da ist so viel los und irgendwann habe ich dann gehört, dass die Fans immer wieder schreien. Ich glaube, man darf das nicht zu ernst nehmen, weil sonst macht man sich verrückt und für mich war das dann einfach eine Auszeichnung dafür, was ich auf dem Platz geleistet habe und dass mich die Fans dadurch ein Stück weit würdigen. Apropos Auszeichnung, ausgezeichnet sind auch die beiden Damen, die unsere tägliche Bewegungsübung machen. Die gibt es natürlich auch heute. Ladies, ihr seid dran. Die Ausgangsposition der folgenden Übung kennen Sie ja bereits. Die haben Sie schon fleißig geübt, der sogenannte Plank. Das heißt, der Unterarm stützt, die Anne gemachte schon wunderbar vor. Vorsicht, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, fest anspannen, dass das Becken nicht abkippt. Und heute möchten wir euch noch eine Variation zeigen. Das heißt, die Annika macht schon vor, das Bein abwechselnd rechts und links abheben. Wenn das schon gut funktioniert, wichtig ist, die Stabilität nicht zu verlieren, sondern zu halten stetig. Wenn das gut funktioniert, kann man noch gegengleich einen Arm und ein Bein abheben. Wichtig wieder darauf achten, dass die Hüfte nicht nach unten absinkt und die Stabilität gehalten wird. Atmen, niemals vergessen, immer zirkulierend weiteratmen und die Spannung halten. Die Spannung halten ist ein Stichwort. Hast du eigentlich, weil wir schon bei diesen Übungen sind, so eine Übung, die du als Spieler gehasst hast, wenn der Trainer sich ausgepackt hat und gesagt hat, machen? Natürlich gibt es immer Sachen, wo man vielleicht nicht so gut ist und die man nicht so gern macht. Zum Beispiel. Aber das sind dann auch immer die Sachen, die man wahrscheinlich am meisten braucht, wenn man es am wenigsten kann. Zum Beispiel, also früher habe ich Klimmzüge zum Beispiel. Das war für mich ein rotes Tuch. Braucht der Fußballer jetzt auch nicht so drinnen? Braucht er nicht unbedingt, aber ist natürlich, wenn man es dann öfters macht und so weiter, dann gewöhnt man sich dran und dann macht man es sogar irgendwann sogar gern. Wir kommen dann hoffentlich im Laufe des Gesprächs noch auf deine Gegenwart und Zukunft vor allem. Da können wir dann darüber reden, was du noch alles sportlich tun wirst. Was machst du aktuell? Täglich? Sportlich? Ja, also es gibt keinen festen Zeitplan mehr, den ich einhalten muss. Das ist einmal schön. Aber ich versuche trotzdem, so oft es geht, entweder laufen zu gehen, selber ab und zu und ein bisschen mittrainieren noch mit dem Nachwuchs oder mit der zweiten Mannschaft. Und auch, wenn es nicht anders geht, auch in die Kraftkammer gehen, wenn ich nicht laufen kann. Wenn es nicht anders geht, also ist es nicht so ganz dein Lieblings? Oh ja, ich gehe eigentlich schon gern in die Kraftkammer mittlerweile. Und ja, da kann man sich in einer relativ kurzen Zeit ziemlich gut ausbauen. Du hast eine unglaubliche Karriere hingelegt, also für österreichische Verhältnisse, für österreichische Fußballverhältnisse einzigartig. Diese 16 Jahre Rapid. Achtung, die echten Rapid-Fans werden jetzt sagen, das ist 16 Jahre, das stimmt nicht ganz dazwischen, war einmal ganz kurz ein Ausrutscher nach Deutschland. Zu 1860, glaube ich. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Warum bist du damals zu 1860? Was war da? Ja, war eigentlich eine lange alte Geschichte. Ich komme aus Deutschland und für mich war immer irgendwie klar und habe das auch mit meiner Familie damals so kommuniziert, dass ich schon irgendwann in Deutschland auch spielen möchte wieder. Und das war schon mehr oder weniger von mir, für mich auch so ausgemacht, dass wenn ich jetzt nach Österreich gehe, wie ich das erste Mal gekommen bin, dass mein Weg irgendwann wieder zurück nach Deutschland gehen wird. Dann habe ich das eben in einer kurzen Zeit erledigt und bin wieder zurückgekommen. Bereust du es in irgendeiner Form? Nein, oder? Nein. In Wahrheit bist du jetzt schon ein halber Wiener oder dreiviertel Wiener? Ja, weiß ich nicht. Ich bereue es nicht. Ich habe eine super Zeit hier gehabt, habe mich sehr wohl gefühlt. Damals der Schritt zu 60 war auch irgendwie wichtig für mich, aber wenn das vielleicht im Nachhinein ein bisschen komisch ausgeschaut hat, aber für mich persönlich war es wichtig und ja, bereue ich nicht. Ich habe im Internet natürlich, wie das heutzutage jeder Journalist macht, auch ein bisschen gegoogelt und mich erinnert, was wir da alles zum Teil auch gemeinsam erlebt haben. Stimmt die Geschichte, dass du genau einmal für die Bayern gespielt hast? Ein einzelnes Spiel? Einmal, ja. Einmal. Weil das skurrile ist, ich habe gelesen, es gibt 30 Spieler, die einmal in deinem Leben für ein Spiel bei den Bayern gespielt haben. Und ich bin derjenige, ich bin derjenige mit der kürzesten Einsatzzeit. Also ich bin bei den Bayern im Museum und bei uns auch. Großartig, oder? Wunderbar. Lassen wir kurz diese unglaubliche Karriere-Revue passieren. Was war dein persönlicher, ganz privater, größter Moment? Ja, privat. Natürlich die Geburten meiner Kinder. Nein, ich meine jetzt als Spieler. Ach so, als Spieler. Schwierig, weil es wirklich viele, zu viele tolle Momente gab. Für mich persönlich war natürlich das mein letztes offizielles Spiel gegen Alltag, wo ich reingekommen bin. Weißt du das Datum noch? Dann noch ein Tor geschossen habe. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, der 20. Völlig richtig. 20. Mai. 20. Mai. War natürlich ein sehr spezielles Spiel für mich. Es waren sehr, sehr viele Emotionen in mir und im ganzen Stadion. Und mein Abschiedsspiel war natürlich auch etwas, was ich nicht vergessen habe. Hältst du es für möglich, dass das Alltag der Gegner damals, wo du dieses Tor geschossen hast, dass die dich sozusagen gewähren haben lassen? Oder war es einfach so eine gute Aktion, dass da ein Tor entstehen musste? Nein, ich glaube nicht, dass mir da irgendjemand einen Gefallen getan hat. Ist einfach passiert und hat so sein sollen. Was war der schlimmste Moment in deinem Fußballerleben? Auch schwierig, weil es gehört einfach dazu, dass man bittere Momente erlebt. Aber als ich damals von 60 wieder zurückgekommen bin nach diesem halben Jahr und mich im ersten Spiel verletzt habe und die Erwartungen einfach von mir und auch von allen anderen riesengroß waren, das war schon eine große Enttäuschung. Du hast drei Kinder, eines ist 14, ist das der Sohn? Nein, der Sohn ist der Jüngste mit 7 und die zwei Mädels sind 11 und 14. Und was machen die sportlich? Die Mädels tanzen und der Junior tanzt mittlerweile auch und spielt in der Schule Fußball. Wo haben sie das her, das Tanzen? Sicher nicht vom Vater. Okay, also von der Mama? Wie kommt ein junger Mensch heute zum Tanzen? Na ja, sie haben angefangen Ballett zu tanzen und mittlerweile tanzen sie, ich weiß, die meisten können ich nicht mal aussprechen, Modern, Jazz, Stepp. Der Junior hat jetzt auch angefangen mit Stepp-Tanz. Das macht ihnen Spaß und ist auch schön. Stepp-Tanzen, das ist ja cool. Ja, aber wir müssen ja irgendwie so ein bisschen eine künstlerische Ader haben. Hast du eine künstlerische Ader? Ja, wenn man Fußball als Kunst sieht schon. Ansonsten singen und tanzen ist nicht wirklich meins. Also auch nicht malen oder irgendetwas in der Richtung? Wenig. Wenig. Faszinierend. Da bin ich schon sehr gespannt, was aus den Kindern noch wird. Du bist ja auch involviert, was den Nachwuchs bei Rapid betrifft. Was machst du da momentan genau? Meine Aufgabe nennt sich Talentemanager. Das heißt, ich kümmere mich um die größten Talente bei uns im Verein. Nicht so, dass ich neue Spieler zu uns hole, sondern mich um die kümmere, die da sind. Und das ist schon eine sehr zeitaufwändige Aufgabe, weil ich natürlich versuche, möglichst oft beim Training dabei zu sein, bei den Spielern dabei zu sein, mit den Jungs auch Privatkontakt zu haben, zu wissen, wann sie in die Schule gehen, wie oft sie in die Schule gehen, wann sie, ja, alle möglichen Dinge, die außerhalb vom Fußball noch sind, wann die passieren. Und das ist eine schöne, aber auch eine sehr zeitintensive Aufgabe. Und vor allem auch challenging, weil du nimmst ja sozusagen auch ein ganz kleines Stück weit Einfluss auf deren Umfeld, auf deren Familie vielleicht. Oder solltest Einfluss nehmen, wenn es nicht ganz auf der guten Bahn dahin geht, oder? Ja, aber ich muss sagen, die meisten Jungs sind wirklich sehr, sehr fokussiert und wissen, was sie wollen. Da ist oft so, dass man ihnen ein bisschen auch einen Stress wegnehmen muss, der dann teilweise auch von außerhalb kommt, sei es Familie oder Manager, wo man einfach auch ein Stück weit ein Freund sein muss, der ihnen hilft. Ich wollte gerade sagen, wie machst du das? Also das ist einfach Kommunikation, oder? Sehr viel Kommunikation, auf die Jungs zugehen, die meisten sind natürlich eher schüchtern am Anfang, wenn sie dann auf sie zukommen. Ist das nicht so? Naiv vielleicht, habe ich gedacht, ein Fußballer, der wirklich Profi werden will, also der das wirklich sozusagen fokussiert angeht, der hat Selbstvertrauen, der will alles zerreißen und den muss man eher so ein bisschen bremsen. Ja, das kommt dann später, aber so bei den ersten zwei, drei Begegnungen sind die Jungs eher, wenn sie dann vor mir stehen, dann merke ich schon, okay, das müssen wir langsam aufbauen, aber meistens funktioniert das dann gut. Und ich stelle mir das gerade so vor, sagst du denen ein bisschen was über deine Karriere, damit sie dich ernst nehmen? Weil wenn da ein x-beliebiger daherkommt und mir erklärt als jungen Menschen, was ich tun sollte oder was ich eher lassen sollte, nehme ich es ihm nicht ab. Wenn da der Steffen Hoffmann kommt, ja, Steffen Hoffmann, Fußballgott, sind wir beim Thema, dann schon eher, oder? Ja, es hilft mir natürlich, so ehrlich muss ich sein. Also die Jungs haben schon großen Respekt und deswegen macht es mir die Aufgabe leichter, aber sie sind alle mittlerweile so weit, dass man ihnen keinen Blödsinn erzählen kann, sondern die wissen schon, um was es geht und überprüfen auch alles, was man ihnen sagt, aber ist auch gut so. Wir machen ein kleines Break, das jetzt mittlerweile Standard ist in dieser Sendung, die tägliche Turnstunde, heißt tägliche Turnstunde eigentlich nicht, weil wir turnen, aber weil wir turnen. Steffi, Amelie, Amelie ist ja aber Annika, da sind wir ganz daneben. Es ist noch immer die gleiche, Annika, sie zeigt uns jetzt noch eine Variation vom Plank, und zwar kann man dann die Beine anziehen und unteren Körper, man kann das sehr langsam oder auch schneller machen, man sieht jetzt auch die Variation, sie zieht das Bein gerade nach vorne, das Knie oder eine Rotation in der Hüfte und zieht es nach außen. Das wären Möglichkeiten, auch im Tempo kann man natürlich auch variieren und das ganze gesprungen machen wichtig ist, aber die Stabilität stets zu halten und sich langsam anzunähern. Wirklich auch vielleicht seitlich im Spiegel kontrollieren, ob man die Position halten kann und erst dann ein Stück weiter gehen. Man darf sich gerne ein bisschen selbst herausfordern, aber wichtig ist auch nicht überfordern. Apropos überfordern. Steffen, wie professionell ist der Fußball heute geworden im Vergleich, sag ich jetzt mal vor 35 Jahren, 40 Jahren, als ich als ganz junger Reporter am Fußballplatz gestanden bin und so Menschen wie der Toni Polster immer am Boden liegen geblieben sind und nichts gemacht haben, wenn der Trainer ihnen den Rücken zugekehrt hat und erst wieder bewegt haben oder irgendwelche Klimmzüge oder sonst was gemacht hat, wenn der Trainer hingeschaut hat. Was hat sich da in den 30, 40 Jahren getan? Ich glaube sehr viel. Der Fußball ist natürlich deutlich schneller, dynamischer geworden und da kann man sich es eigentlich kaum erlauben, nicht topfit zu sein. Mittlerweile geht es eigentlich darum, dass man auf einem Superniveau ist, sonst kommt man einfach nicht mehr mit und da kriegt man die Rechnung dann auch relativ schnell präsentiert. Wann, ab welchem Alter, ab welcher Altersstufe beginnt bei Rapid die unter Anführungszeichen Überwachung? Also, dass man mit Brustgurt läuft und jede Bewegung kontrolliert wird? Eigentlich ab der Akademie, also ab der U15 und wird dann stetig ein bisschen mehr. Für viele Spieler mögen das wirklich gerne, um nach dem Training zu kommen und zu sagen, wie viele Meter habe ich heute gemacht, wie viele Sprints habe ich gemacht. Das sieht man dann alles und das ist schon sehr, sehr spannend und hilft einem auch. Aber es macht auch Druck, oder? Ja, es macht auch ein Stück weit Druck, aber der kommt ja dann irgendwann so und so auch dazu. Aber das Wichtigste bei allem Druck und allem, was dazugehört, ist einfach, dass die Jungs trotzdem Spaß haben am Kicken. Okay, das hörst du jeden Tag. Jeder Sportler sagt, Hauptsache ich habe Spaß. Aber am Ende des Tages ist es ein knallharter Beruf und das wird auch in der Öffentlichkeit unterschätzt, oder? Ja, es wird sicher unterschätzt, aber ich glaube trotzdem auch, wenn man etwas mit Spaß und Freude macht, dann macht man es besser und hat mehr Einsatzbereitschaft, wie wenn man sich selber jeden Tag zu etwas zwingen muss. Was macht Social Media mit den jungen Fußballern, die du kennenlernst? Ja, es ist natürlich ein großes Thema, nicht nur bei den jungen Fußballern, sondern bei allen der jungen Generation. Es ist etwas, wo sie sich teilweise auch selber ein bisschen unter Druck setzen lassen. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass man ab und zu ein bisschen Fahrt rausnimmt und auch innen, gerade den jungen Spielern versucht, auch mitzuteilen, dass alles, was man da jemals postet, irgendwann einem wieder am Schädel fallen kann. Und deswegen ist es manchmal weniger auch mehr. Erinnerst du dich, wann du deinen ersten Facebook- oder Instagram-Post abgesetzt hast? Ich habe keine Ahnung. Weil das muss ja, dieser Moment irgendwann einmal kommen, wo man das das erste Mal macht und wo man dann von einem Tag auf den anderen enormen Druck kriegt, weil, wie du gesagt hast, weil das ist alles gespeichert. Alles, was dort drauf ist, ist dein Leben lang irgendwo gespeichert. Ja, also bei mir. Ich bin da nicht besonders aktiv auf diesen Kanälen, aber ich habe es auch. Es ist spannend, aber ich muss ehrlich sagen, für mich war das nie eine Druckgeschichte, sondern wenn ich Lust habe und mir es taugt, dann poste ich was. Gibt es bei Rapid in der Kabine Handyverbot? Weißt du das? An und für sich schon. Aber? Jeder hat es in der Tasche. Nein, in der Tasche hat es jeder, aber es muss auch lautlos sein. Und natürlich, wenn man ein Tabi gewinnt oder irgendwas und es kommt dann irgendwo ein Video raus, dann drückt man ein Auge zu. Steffen, du arbeitest mit jungen Menschen, du hast drei junge Kinder. Wie geht das jetzt weiter? Hast du schon so ein bisschen einen konkreten Plan, wie deine persönliche Karriere weitergeht? Es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwelche Ziele in naher Zukunft setze, sondern ich möchte den Job, den ich jetzt mache, möglichst gut machen, möglichst viele junge Spieler aus unserem Nachwuchs in die Kampfmannschaft bringen und da begleiten. Und das ist eine wirklich schöne, sinnvolle Aufgabe für mich, für die Jungs und auch für den Verein. Und alles, was danach kommt, wird man sehen. Gibt es eine Vorgabe vom Verein, was die Spieler erreichen müssen, die du betreust? Nein, gar nicht. Ist eigentlich ein cooler Job. Ja, ist ein cooler Job. Natürlich, wer mich kennt, weiß, dass ich ehrgeizig bin und es mir oft nicht schnell genug gehen kann, dass die Jungs oben sind. Aber ich glaube, heuer haben wir eh schon viele Jungs mit einsetzen in der Kampfmannschaft und wenn es so weitergeht, bin ich zufrieden. Ich freue mich, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Am Ende unserer Sendung gibt es immer Hinweise, Programmhinweise. In diesem Fall habe ich etwas, was dich am Rande betrifft, weil du ein großer Läufer warst als Fußballer, Kilometer gemacht hast. Wahrscheinlich hättest du jeden Rekord gebrochen, wenn es von Beginn an deiner Karriere schon die Kilometermessungen gegeben hätte, oder? Das ist gut möglich, ja. Ein paar Spiele waren dabei. Weißt du einen persönlichen Rekord? Nein, also ich weiß es nicht. Aber so 13 Kilometer wird es schon gewesen sein, oder? Um die 12 war ich immer. Und dann hat es halt Ausreise gegeben, je nachdem wie in der 7. Partie war. Der ewige Läufer. Ja, im Rahmen der Wien läuft Initiative findet das Grande Finale statt und zwar schon am 26. Oktober in der Prater Hauptallee. Die Kinderbewerbe starten um 9.30 Uhr, Hobbylauf und Nordic Walking 10.45 Uhr. Und dann gibt es auch einen Hauptlauf. Wien läuft Finale Grande um 11.25 Uhr am 26. Oktober. Das war's. Danke Steffen, hat mich sehr gefreut. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.